Hallo und herzlich willkommen zurück zu Material Energy hoch 3. Ja, und zwar... Ah, die Blöcke klingeln, wir haben drüber laufen. Klingelingelingeling. Entschuldigung. Wir lösen jetzt mal hier unsere Quests ein, die wir noch offen haben. Hier, 1, 2, 3, ganz viele Quests. So kann's gehen. So, Zäune, Dispenser, okay. Torrents, Skeletons und das Manual dafür. Hier, Golems. Okay, gut, 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 das hätten wir. Dann, warte mal, hier hatte ich nicht gerade noch... Zwei Quests bis ankleben, Rewards. Wo denn, bitteschön? Lost and Found, da. Ah, ja, ja, okay. Rewards, Inclusion Chamber. Bios 4. Bios 4, okay, was gibt's noch? Okay, ähm... Das finde ich jetzt interessant, weil ich glaube, dann habe ich ja hiermit quasi zwei neue Dinger gekriegt. Die sind beide für dieses große Loch hier gedacht. Das heißt, einmal den Chamber nochmal. Wahrscheinlich für mehr Material insgesamt. Und nochmal eine Bios 4. Da müssen wir auch mal reingucken bei Gelegenheit. Äh... Pssst! So, ähm... Crafting Golem möchte ich aber jetzt grad nicht haben, danke. So ein Turret... Bei Gelegenheit... Ich weiß nicht, also... In der Beschreibung von dem Modpack... Ich verstehe ja eigentlich, dass man sich gegen Horden von Monstern irgendwie verteidigen muss. Die sind erst fertig gebauten Base. Aber... Das erscheint mir gerade nicht so ganz so... Wirklich so. Naja, also... Wirklich fertig gebaut ist wie besser jetzt nicht. Und Monster sind hier auch eher... Weniger. Ach, halt, stopp! Die Sache ist, ich muss dieses blöde Vieh da hinten mal abschießen. Ah, warte, warte, stopp! Wir gucken erstmal kurz nochmal hier rein, was wir jetzt als nächstes machen sollten. Äh, even more mining... Ah, ja, ja, Cobblestone. Genau, ich wollte Cobblestone eigentlich holen gehen. In den Tieftiefen. Die brauchen wir ja noch. So, ähm... Dann nehm ich mal das noch mit und das ist die Schaufel. Ich hab da noch reingetan... Ach, die ist auch noch angeknackst. Dann baue ich das noch kurz ein bisschen ab. Und... Dann können wir auch schon mal... Nein, ist auch egal. Oh! Oha! Das tat weh. Gut. Ich würd sagen, ich... Geh das ja trotzdem mal mit. Gott, die ganzen Spennen! Warum tun die das? Das ist ekelhaft! Gott, so viel Spinnen! Äh! Wollen alle die Klappe halten! Wie viel Cobblestone muss ich abbauen? Ups! 928. Also noch ein Stack und einen halben. Klack. Nächste bitte. Und wir müssen Quarz finden. Ganz viel Quarz. Das ist gut. Aber wo finden wir das? Das ist die Frage. Das weiß ich nämlich nicht. Bauen wir erstmal alles ab hier, was wir kriegen können. Und zu gucken, was wir damit machen können. So. Weil wir haben ja anscheinend auch noch oben bei unserem Periodensystem noch ja quasi ein ME-System mal ein halbes, das die wir endlich mal anschmeißen müssen. Aber da brauchen wir sicherlich auch Zeugs. Oh! Kiste? Hab ich die schon? Glaube ja. Jo. Kann ich ja mal mitnehmen. Das wäre ganz clever. Jetzt denke ich immer wieder, hua! Ich hab eine Kiste gefunden. Dabei ist es gar keine Kiste. So. So. Noch ganz viel Zeugs hier. Diese Spinnen. Alter, die Klappe. Die sind eklig. Ah, die sind so laut. Jaja. Bringt das natürlich selber oben bis ins Kopf mir ganz gelegen, meine Freunde. Absolut, absolut. So. Aber Quarz hat einfach keins gefunden, obwohl ich dringend mal welches bräuchte. Aber Redstone ist schon mal sehr gut. Gold brauche ich auch. Und Diamanten habe ich ja glaube ich auch schon gefunden. Ein paar. Für einen Controller, weil ich weiß wirklich nicht, irgendwie kann man hier das ME-System vorgebaut kriegt oder nicht. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Deswegen muss ich davon ausgehen, dass ich alles selbst bauen muss. Und in dem Fall brauche ich Gold und Diamanten und Zeugs. Ganz viel Zeugs. Sulfur. Sulfur, Sulfur. Pottsch. Pottsch, oh. Who the fuck is Pottsch? Zack. Wie viel noch an Kobbelstone immer noch? Oh. Ah ja. Okay. Nicht mehr so viel. Dann baue ich einfach mal hier am Rand entlang. Au. Au. Nächste. Oh, die ist schnell. Wow, die ist mega schnell. Nein. Ja. Das macht Spaß, Spaß, Spaß. Und Licht nicht vergessen, sonst haben wir ein Monsterproblem. Und das will ich nun wirklich nicht haben. Danke. okay reicht dann nehmen wir das mal für jemanden und ich habe gar keinen platz mehr für den ganzen ist gut dann müssen wir erst nach oben gehen und ein bisschen zeug nach oben und ab gutes zeug mal weg bringen run forest run oh das ist sehr gut das da oben will ich auch haben noch mehr energie zellen für mein me system bei gelegenheit muss aber hoch bauen und das mal da abholen vielleicht sogar ich muss ja die tecken lassen und da ist es ja dann okay so lagersystem technisch was habe ich getan das ist das bauch unteres stockwerk jajaja hier war das irgendwie ich habe es reingetan okay tun wir sowas rein so gedönsel miners delight okay das ist neu das noch mal rein sowas von meiner und jetzt mache ich mal die bag auf cool finde ich gut finde ich sehr gut rüstung ist immer gut rüstung ist immer sehr gut aber das möchte ich bitte gerne mitnehmen oder tourette weil ich habe dann nämlich noch so ein pferd abzuholen das wäre ganz gut und dafür dass ich das mal lieber alles hier rein ist mir egal als ein hier daneben das darf ruhig mit grüßen thema ist auch immer dabei ganz gut okay dann brauche ich aber noch was zum abbauen zum 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 zubauen cobblestone ja müssen sie noch um energie kümmert hier dort könnte ich dafür nehmen auch mal auch stopp energy cells die kann ich oben noch mal verbauen kann man nämlich schön dazwischen klemmen zack zack auch energie cells ne ja die sind einfach nur leer und die sind voll boom finde ich sehr geil wie es aussieht aber guck mal da oben die die werden schon leer gut deswegen immer gut aufpassen dass unsere energie nicht leer geht erstmal noch ist genug da fragt sich halt wie lange so ach ja ich habe kein hardcore dinges aktiviert so deswegen werde ich jetzt mal halt stopp nein genau dann mal runter gehen gucken dass wir die die pony quest beenden können schauen wir mal ob das funktioniert oh gott wir brauchen dringend was zu essen ich sollte aufhören zu rennen definitiv aufhören zu rennen war das hier gewesen nee aber hier muss ja auch noch einen runter das möchte ich nämlich haben oh oh gott oh gott oh gott alles gut soweit gerne hier hoch nein oh gott das ist uncool naja das hat irgendwie nicht so viel sinn wolle was vm wolle okay das verwirrt mich jetzt ein bisschen gibt es noch irgendwas zu holen stimmt bestimmt irgendwo nein nein doch nicht jetzt hier in abgrund ja okay aber trotzdem sehr sehr cool gemacht definitiv definitiv i like hier bin ich runter kackspinnen halte ich die klappe und kackspinnen halte ich die klappe und kackspinnen halte ich alles heile machen hier ja unten war noch irgendwo irgendwo ist hier noch die kiste mit dem bone meal aber ich habe jetzt echt keinen bock zu suchen hier geht's hoch and remain healthy klappen ich wollte hier im untergrund und nach achso ja genau das war das problem mit den so vier viechern vielleicht kann ich mich einfach drunter bauen das wäre doch was oder guck mal das war jetzt mal wo äh karte nein äh x ja oh zu hart gesucht nach da also nach da hinten in die ecke ja noch hier an die äußerste ecke ganz hinten außen ganz weit und so licht nicht vergessen ich hör schon die kühle die rufen nach mir hey toll gemacht toll gemacht das ist nicht nett auch viecher oh oh die sind irgendwo hin was ist passiert wo kommen die jetzt her das ist glaube ich nicht gut oder das weiß nicht so gut hm so hier hin musste ich wollte ich konnte ich ein bisschen drunter oder wirklich oh god oh mein gott oh mein gott was war das oh gott da fallen alle hin tot oben hier wovend oh gott da Das geht jetzt nicht so gut, ähm, das kann ich nicht so ganz, was ich machen soll. Moment, ich geh mal hin. Das ist nicht cool. Ähm, ja, nein, also, was sagt denn mein Fest dafür dazu? Äh, Pay to Winnie. Hier. Ach, 13 Meter. Oh Gott. Das könnte übel in die Hose gehen. Ah, 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 oh Gott, ist die groß. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah, Bremse. So, könnte mir jetzt mal jemand sagen, wo ich denn hier jetzt meinen Status Quarz finde. Ich weiß, dass hier irgendwo oberhalb noch ein Raum war, also mit weniger Raum halt so eine Abteilung, wo es, ähm, ganz viele Edelsteine gab. Ja, ich glaub, es war in diese Richtung. Hier durch? Vielleicht? Nein. Dann war das vielleicht doch... Ah, hier bin ich. Gut. Ähm, Secret. Uh, yeah. Boom, boom, boom. So läuft das. Zack. So, was ist das alles hier? Keine Ahnung. Ich nehm's trotzdem mit. Es ist bunt. Ich will's haben. Okay. Das noch alles mitnehmen hier. Lalalala. Buntes Zeug ist immer gut. Ich würd sagen, dann mach ich nächste Folge weiter. Und ich würd sagen auch noch, äh, ihr nennt euch ein Abo und bis zum nächsten Mal.